In diesem Video will ich ein paar Beispielaufgaben zur Binomialverteilung bzw. Bernoulli-Experimente mit dem Taschenrechner vorrechnen. Und zwar, es geht um die komplexeren Aufgaben, wo N, P oder K gesucht sind. Ich gehe davon aus, dass hier mindestens die Grundlagen bzw. die Umformen mit dem Taschenrechner beherrscht. Wenn nicht, findet ihr im Abspann die passenden Tutorials dazu. Hier ist die erste Beispielaufgabe. Bei einer verbeulten Münze beträgt die Wahrscheinlichkeit für Wappen 62% und für Zahl 38%. Wie oft darf man die Münze höchstens werfen, damit man mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 20% mehr als 10 mal Zahl erhält. Natürlich möchte ich euch bitten, an dieser Stelle erstmal auf Pause zu drücken, in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchlesen und versuchen, soweit es geht zu verstehen. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Aufgabenstellung bekannt ist. Und wir versuchen uns zu erinnern, jede Binomialverteilung oder jeder Bernoulli-Experiment wird durch vier Größen festgelegt. Und zwar, die erste Größe ist natürlich der Stichprobenumfang oder die Anzahl der Versuche N. Dann die Trefferwahrscheinlichkeit P. Dann haben wir die Trefferzahl K. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit Groß B. Wir werden jetzt versuchen, anhand dieser Aufgabenstellung dieser Größen zu erkennen, um zu identifizieren, was eigentlich gesucht ist. Also, da steht ja, bei einer verbeulten Münze beträgt die Wahrscheinlichkeit für Wappen 62 und für Zahl 38%. Wie oft darf man die Münze höchstens werfen? Das ist ja klar und deutlich, die Anzahl der Versuche. Das bedeutet, bei dieser Aufgabe werden wir N suchen. Wenn wir weiterlesen, dann erkennen wir, damit mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 20% mehr als 10 mal Zahl erhält. Also, in erster Reihe sandet sich um Zahl. Die Trefferwahrscheinlichkeit für Zahl haben wir hier oben mit 38%. Ich schreibe es als Dezimalzahl hin, 0,38. Dann mehr als 10 mal Zahl. Spätestens hier haben wir die Trefferzahl. Mehr bedeutet größer K ist größer 10. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit, das ist alles, was noch übrig geblieben ist, liegt bei höchstens 20%. Auch hier müssen wir auf die richtige mathematische Darstellung achten. Höchstens bedeutet kleiner gleich, 20% sind natürlich 0,2. Also, wir haben jetzt zuerst aus der Aufgabenstellung die Größen abgelesen. Und wir haben auch festgestellt, was eigentlich gesucht ist, in diesem Fall N. Als nächstes müssen wir unseren Lösungsansatz bilden. Wenn man diese Größen jetzt abgelesen hat, ist das eine sehr einfache Geschichte. Und zwar K ist natürlich die Zufahrtsvariable X, oder die Trefferzahl. Und die nutzen wir hier in P. Also, wir setzen einfach das K hier in Groß P ein. Und damit bilden wir immer unseren Lösungsansatz. Entsprechend haben wir dann an dieser Stelle P von statt K schreibe ich X größer 10. Also, mehr als 10 mal. Und die Gesamtwahrscheinlichkeit, so wie es hier steht, muss höchstens 20% sein. Also, kleiner gleich 0,2. Jetzt geht es darum, nur diesen Lösungsansatz so weit umzuformen, dass es der Taschenrechner erkennen kann. Und das bedeutet, wir formen es in höchstens um. Entsprechend können wir hier an dieser Stelle sagen, okay, mehr als 10 sind mindestens 11 Treffer. Also, P von X größer gleich 11 ist kleiner gleich 0,2. Dann entsprechen wir über das Gegenereignis 1 minus P von X kleiner gleich 10, kleiner gleich 0,2. Schieben wir ein bisschen die Terme rum, so dass P alleine auf der linken Seite stehen bleibt. Das bedeutet hier einmal minus 1. Dann haben wir minus P von X kleiner gleich 10 sind kleiner gleich minus 0,8. Und dann mal oder geteilt durch minus 1. Dann haben wir P von X kleiner gleich 10. Und jetzt aufpassen, sobald man eine Ungleichung mit einer negativen Zahl teilt oder multipliziert, dreht sich dieser Ungleichzeichen um. Also, das wird jetzt statt kleiner gleich, haben wir jetzt größer gleich 0,8. Und an dieser Stelle müssen wir das einfach mit dem Taschenrechner bearbeiten. Zur Erinnerung, abhängig von der Marke des Taschenrechner, was ihr benutzt im Unterricht, lauten oder heißen die Befehle immer wieder ein bisschen anders. Die häufigsten Marken sind natürlich Casio. Bei dem neuen Casio Taschenrechner lauten die Befehle binomial Dichte beziehungsweise kumulierte binomial Verteilung. Wir brauchen hier nur die kumulierte binomial Verteilung. Und bei dem Texas Taschenrechner binomial PDF beziehungsweise binomial CDF. Wir brauchen nur binomial CDF. Also, ich unterstreiche jetzt die Befehle, mit denen wir hier arbeiten. Also, bei Casio Tas und Texas binomial CDF. Üblicherweise kann man so eine Art Tabelle oder Versuchstabelle bilden. Die sieht wie folgt aus. Also, wir suchen N. Deshalb trage ich hier N an. Hier ist unser Lösungsansatz, was wir am Ende hatten nach der Umformung. P von X kleiner gleich 10 ist größer gleich 0,8. Und man probiert ein bisschen mit dem Taschenrechner verschiedene Zahlen für N. Und nachdem ich das auch gemacht habe, habe ich bei 22 erstmal eine Wahrscheinlichkeit von 0,827 gefunden. Und bei 23 waren es schon 0,777. Was bedeutet diese Ergebnisse? Naja, wir suchen ja eine Wahrscheinlichkeit, sodass sie über 80% liegt. Das ist natürlich bei 22 noch erfüllt, bei 23 nicht mehr. Also, hier erkennt ihr den Sprung halt zum Wert, was wir nicht mehr gebrauchen können. Deswegen ist 22 unsere Antwort. Also, bezogen auf die Fragestellung, wie oft darf man die Münze höchstens werfen? Wir dürfen höchstens 22 Mal die Münze werfen. Also, das müsste jetzt im Antwortsatz kommen. Aufgabe 2 Ein Medikament wirkt erfahrungsgemäß nicht bei allen Patienten. Das Medikament wird 20 Patienten verabreicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Medikament bei mindestens 15 Patienten wirkt, soll mindestens 90% betragen. Wie hoch müsste dazu die Wirkungswahrscheinlichkeit mindestens sein? Bitte auch hier auf Pause drücken und in Ruhe die Aufgabenstellen durchlesen. Wir werden jetzt natürlich die gleiche Taktik wie bei der ersten Beispielaufgabe nutzen. Das bedeutet, ich schreibe jetzt erstmal aus dem Text raus, was einmal N, P, K und Groß P sind. Beim Lesen der Aufgabenstellung finden wir hier, das Medikament wird 20 Patienten verabreicht. Das bedeutet, das ist natürlich unsere Anzahl der Probanden, N. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Medikament bei mindestens 15 Patienten wirkt. Mindestens 15 soll natürlich die Anzahl der Treffer sein. Also K ist größer gleich 15. Soll mindestens 90% betragen. Diese mindestens 19% sind natürlich unsere Gesamtwahrscheinlichkeit. Größer gleich 0,9, das ist das Groß P. Und wie hoch müsste dazu die Wirkungswahrscheinlichkeit mindestens sein? Natürlich Klein P oder die Trefferwahrscheinlichkeit ist gesucht. Jetzt, genauso wie bei der ersten Beispielaufgabe, bilden wir mit K und Groß P unser Lösungsansatz. Also K wird umgeschrieben in die Zufallsvariable X und wird hier in Groß P eingesetzt. Entsprechend haben wir dann Groß P von X größer gleich 15 soll mindestens 0,9 sein. Und dann entsprechend nur umformen und alles für den Taschenrechner vorbereiten. Also 1 minus P von X kleiner gleich 14 soll erstmal größer gleich 0,9 sein. Dann minus 1 minus P von X kleiner gleich 14 sind dann entsprechend minus 0,1. Und dann nehmen wir das Ganze mal minus 1 und haben P von X kleiner gleich 14. Und aufpassen, jetzt dreht sich wieder dieser Ungleichzeichen um, soll kleiner gleich 0,1 sein. Und ab jetzt ist nur noch eine Sache für den Taschenrechner. Zur Erinnerung, wir haben hier wieder die Befehle für den Casio und den Texas Taschenrechner. Brauchen wir, tun wir natürlich nur die letzten Befehle. Also bei Casio die kumulierte Binomialverteilung und bei Texas die Binomial-CDF-Geschichte. Und wir bilden natürlich wieder unsere Tabelle. Diesmal, wie bereits gesagt, suchen wir P. Also hier steht klein P auf der linken Seite und auf der rechten Seite steht unser Ansatz nach der Umformung. P von X kleiner gleich 14 soll höchstens 0,1 sein. Und beim Rumprobieren mit dem Taschenrechner übrigens hier kann man es ein bisschen gezielter machen. Also ich muss nicht alle Zahlen zwischen 0 und 1 probieren. Die Wirkwahrscheinlichkeit für ein Medikament sollte jetzt nicht unbedingt bei 30% liegen. Deshalb können wir gleich mal einen höheren Bereich suchen. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Und bei 0,83 hatte ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,109. Da war ich noch über dieser 0,1. Und bei 0,14 waren es dann nur noch 0,087. Das war die erste Trefferwahrscheinlichkeit unter 0,1. Also das ist dann auch unser Ergebnis. Anhand der Aufgabenstellung oder der Fragestellung, wie hoch müsste dann die Wirkungswahrscheinlichkeit mindestens sein. Also die müsste bei mindestens 84% liegen. Also das wäre sozusagen unser Antwortsatz. Und schon sind wir bei unserer letzten Beispielaufgabe. Hier streiten mal wieder Sam und Lenny über ein bestimmtes mathematisches Problem. Und zwar Sam behauptet, er kenne seine Lieblingskola allein an Geschmack. Lenny glaubt ihn nicht. Er gibt in 8 mal hintereinander 3 gleich aussehende Gläser, von denen 1 mit seiner Lieblingskola und 2 mit Colas anderer Marken gefüllt sind. Wie viele richtige Antworten müsste Lenny mindestens verlangen, damit die Wahrscheinlichkeit kleiner als 10% ist, dass Sam allein durch Raten den Test besteht. Auch hier bitte auf Pause drücken und in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchlesen. Mit der gleichen Taktik wie vorher, schreibe ich erstmal hin, wir brauchen aus der Aufgabenstellung N, P, K und Groß P. Und beim Überfliegen der Aufgabenstellung steht da, er gibt in 8 mal hintereinander 3 gleich aussehende Gläser, von denen 1 mit seinem Lieblingskola und 2 mit Colas anderer Marken gefüllt sind. 8 mal bedeutet Anzahl der Versuche, N ist 8. Dann, von denen 1 mit seinem Lieblingskola und 2 mit Colas anderer Marken gefüllt sind. Das würde die Wahrscheinlichkeit, richtige Cola zu erwischen, liegt bei 1 Drittel. Und dann, wie viele richtige Antworten müsste Lenny mindestens verlangen. Also die Anzahl der Treffer ist gesucht. Und dieses Mindestens muss natürlich mit berücksichtigt werden. Also es gibt eine Mindestensanzahl der Treffer, die wir suchen. So, dass die Wahrscheinlichkeit kleiner ist als 10%. Also die Gesamtwahrscheinlichkeit soll unter 0,1 oder 10% liegen. Mit K und Groß P bilden wir natürlich wieder unseren Lösungsansatz. Und dann haben wir P von X größer gleich, ich nehme jetzt die unbekannte Anzahl der Treffer, immer noch K. Es ist kleiner als 0,1. Und jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen umformen. Diesmal ist es ein bisschen unangenehmer, weil wir hier eine unbekannte Zahl haben, das mit diesem K ausgedrückt wird. Also 1 minus P von X kleiner gleich K minus 1 soll kleiner 0,1 sein. Dann schieben wir ein bisschen rum. Minus 1 minus P von X kleiner gleich K minus 1 sind minus 0,9. Und dann durchmultiplizieren wieder mit minus 1 führt zu P von X kleiner gleich K minus 1 ist größer, also Ungleichzeichen umdrehen als 0,9. Das ist unser Ansatz, das wir gleich mit dem Taschenrechner bearbeiten werden. Dazu brauchen wir natürlich unsere zwei Befehle. Bei Casio kumulierte Binomialverteilung, bei Texas Binomial CDF. Also ich unterstreiche sie jetzt nochmal kurz hier. Also dieser und dieser Befehl werden benötigt. Und wir bilden wieder so eine Wertetabelle. Diesmal müssen wir ein bisschen aufpassen. Auf der linken Seite steht ja nicht K, sondern es steht das, was hier in unserer letzten Umformung steht, beziehungsweise K minus 1. Also wir kriegen zuerst K minus 1 raus und dann können wir natürlich auch K bestimmen. Und auf der rechten Seite natürlich wieder unser Lösungsansatz. P von X kleiner gleich K minus 1 sind größer 0,9. Und natürlich gibt es nicht so viele Zahlen zum Auswahl. Wir suchen irgendwas zwischen 0 und 8. Also habe ich relativ mittig angefangen. Mit 3. Bei 3 hatte ich noch eine Wahrscheinlichkeit von 0,741. Da lag ich noch mit der Gesamtwahrscheinlichkeit unter 0,9. Und bei 4 war ich bei 0,912. Das bedeutet 4 ist die erste Zahl, wo die Gesamtwahrscheinlichkeit über 90% über 0,9 ist. Also kurz gesagt, das ist die Zahl, die wir indirekt suchen. Wieso indirekt? Das ist ja unser K minus 1. Also K minus 1 ist gleich 4. Und dann bringen wir einfach nur die 1 rüber und dann haben wir die tatsächliche Trefferzahl. Und zwar natürlich 5. Also um die Aufgabenstellung zu beantworten, wie viele richtige Antworten müsste Leni mindestens verlangen? Natürlich müsste er mindestens 5 richtige Antworten verlangen. Damit wäre die Aufgabe erledigt. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich gelten dieser Überlegung Umformungen für alle Arten von Taschenrechner. Lediglich die Befehle unterscheiden sich. Sonst ist immer die gleiche Geschichte. Es ist sehr wichtig bei dieser Art von Aufgaben, dass ihr euch die Zeit nehmt, die Aufgabenstellung richtig zu verstehen und zu interpretieren. Wenn der Lösungsansatz scheitert, scheitert alles. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Aufgaben zu schnell gingen, dann findet ihr gleich im Abspann noch spezielle Tutorials für die Suche nach NP oder K, die ein bisschen ausführlicher erklärt sind. Vielen Dank.